Bahnsteig 4AC, S-Bahn von Bruckernermur fährt ein. Dieser Zug fährt als S-Bahn nach Bruckernermur. Planerfahrt 13.05 Uhr Graz Hauptbahnhof, Bahnsteig 4AC. Die nächsten Reisemöglichkeiten sind S-Bahn nach Wieseibeswald über Hengsberg. Planerfahrt 13 Uhr, Bahnsteig 7DE, S-Bahn nach Köflauch über Liebach. Planerfahrt 13 Uhr 4, Bahnsteig 9, S-Bahn nach Sint-Konthart. Planerfahrt 13 Uhr 8, Bahnsteig 2DE, S-Bahn nach Spielfeldstraße über Flughafen Grazfeldkirchen. Planerfahrt 13 Uhr 8, Bahnsteig 4DF. Railjet 656 nach Flughafen Wien über Bruckernermur und Wien Hauptbahnhof. Planerfahrt 13 Uhr 25 bis Bahnsteig 1BD bereitgestellt. Die First Class und die Business Class befinden sich in den Sektoren B bis C. Railjet 656 bei Bruckernermur und Wien Hauptbahnhof. Planerfahrt 13 Uhr 25 bis Bahnsteig 6. Planerfahrt 13 Uhr 25 wird bei Plattform 1 BD gelegt. Die First Class und die Business Class befinden sich in den Sektoren B bis C. Bahnsteig 6DE, Regionalexpress nach Mürzzuschlag über Bruckernermur fährt ab. Bahnsteig 7DE, S-Bahn von Wies-Albiswald fährt ein. Graz Hauptbahnhof, Bahnsteig 7DE. Die nächsten Reisemöglichkeiten sind S-Bahn nach Weizstadt, Planerfahrt 16 Uhr 56, Bahnsteig 1FH. Regionalexpress nach Unsmarkt und Selztal über Leoben, Planerfahrt 17 Uhr 1, Bahnsteig 3DE, S-Bahn nach Köflauch über Liebach, Planerfahrt 17 Uhr 4, Bahnsteig 8, S-Bahn nach Bruckernermur, Planerfahrt 17 Uhr 5, Bahnsteig 4AC, S-Bahn nach Fähring, Planerfahrt 17 Uhr 8, Bahnsteig 2DE, S-Bahn nach Spielfeldstraße über Flughafen Grazfeldkirchen, Planerfahrt 17 Uhr 8, Bahnsteig 6DE, S-Bahn nach Bruckernermur, Planerfahrt 17 Uhr 25, Bahnsteig 1BD, Regionalexpress nach Spielfeldstraße über Leoben, Planerfahrt 17 Uhr 5, Bahnsteig 1F. Planerfahrt 17 Uhr 7, Bahnsteig 4DF, S-Bahn nach Bruckernermur, Planerfahrt 17 Uhr 7, Bahnsteig 4DF, S-Bahn nach Bruckernermur, Planerfahrt 17 Uhr 38, Bahnsteig 8, Regionalexpress nach Fähring, Planerfahrt 17 Uhr 38, Bahnsteig 2DE, Intercity 7, Intercity 718, S-Bahn nach Salzburg über Leoben, S-Bahn nach Michael und Selztal, Planerfahrt 17 Uhr 45, Bahnsteig 5. Bereitgestellt, die erste Klasse befindet sich im Sektor D, Intercity 718, zu Salzburg, Weyerleoben, Sankt Michael in Selztal, Schedule Departure 17, 45, ist provided at Platform 5. Füßglas ist in Sektor D. Planerfahrt 18, Bahnsteig 4DF, S-Bahn nach Spielfeldstraße über Flughafen Grazfeldkirchen, Planerfahrt 18 Uhr 8, Bahnsteig 4DF, S-Bahn nach Spielfeldstraße über Flughafen Grazfeldkirchen, Planerfahrt 18 Uhr 8, Bahnsteig 4DF.